Du bist schon gefahren? Wie dann geht's denn da? Geh komm, meine Güte, so eine schlechte Runde Ich kann schon noch fahren, oder? Ja super, du hast das mein Outlab, Alter 23.6.8 wär's gewesen und davor bin ich jetzt der 24.0 gefahren So, das muss ich noch in Richtung, in Richtung So, schnelle Zeit habe ich keine, wenn ich vor lauter Kamera einrichten beschäftigt bin Es gibt keinen, der chatten kann, das ist das Problem Da mangelt man Zuschauer, die im Chat was schreiben Ist das im gleichen Split wie immer? Ich glaube, ich bin weder noch Was erwartest du mich? Ja, so ein Faktor Ja, so 10 aufs Leut, oder? Oder 12 Start Da gibt's jetzt Cautions, gell? Also für den Dennett Bei uns gibt's kaum oder Crash, oder gar nichts Super, zweitletzte Zeit Bombay Ja, ich start von ganz hinter mir Ich brems schon wieder, macht ihr das nicht? Mit 24.0 bin ich fast der Langsame 24.1 Ich bin für 24.0, aber ich hab nichts gezählt Ich muss das letzte Start Ich bin für 24.0, aber ich hab nichts gezählt Ich hab in meiner 2. Runde jetzt da In der 2. Auslaufrunde bin ich 23.6.11 geworden Ich bin im Moment dritter Soviel zu dem Thema Du hast wieder einen Spezialisten Ding, das gibt's gar nicht Ihr seid nur neidisch Alle neidisch Ein Gerätquartier Da Na, ein bissl leidisch ist mir schon Wenn's dann einen Split hast Wo du im Rückwärtsfahren noch schnellst du bist Eigenschaften Dann kann ich da Video Konfiguration Und dann kann ich da zoomen, glaube ich Da ein bisschen zoomen, schau Ja So, tschau, und wir jetzt was reingehen Mhm So, schaut das schon gut aus Ich mein fürs Limonwein, ne? Boah, ich weiß mal, wenn wir vorne sitzen Nein, das ist nicht spät Die Auflösung ist jetzt sicher gut für die CPU und alles Wenn ich das so hoch einstehme Ne, ob ich sonst sehe, dass wir noch Nach Oder nein Oh, können wir schauen nach Weil ich würde ja schon nicht fahren sonst Nein, das ist über dem Overlay, das würde ich nicht So, weiß das nicht, oder? Halt doch, wenn da mal mehr Leute mitfahren würden Mal vor waren schon über 40 km oder so Oder noch mehr Ich bin parat doch Da macht's schon Spaß, wenn wir mitfahren Ich glaube nicht, Ciri Italia kommt jetzt nix mehr, oder? Passt, ist die Taktik nicht bis morgen mal nur zum Schreiben Sehr spreng gewesen, oder? Ja, und? Ich schreibe aber keine Taktik, wenn kein Bericht da ist Dann müssen wir doch alle auf dich warten, typisch Ja, auf mich wartet keiner Muss man da danken, oder? 50 Kronen? 50 Kronen? 50 Kronen? 40 Kronen? Geht schon da Da ist ein Mega-Taktik Du fährst dir hoch Ja, das ist okay Ich werde es senden Ich werde es senden Ich werde es senden Er legt die Kamera ganz oben drüber, das würde ich nicht Ich werde es senden Nein, sowas soll jetzt passen So Was geht schon los? So, der hat sich gerade Da lacht irgendwer wo Hoffentlich natürlich... Oh dang it, great already! Und so ist es ihnen wieder Ich starte als Erster Nein, als Dritter Ich starte immer dort, wo die Slides crashen 50 Runden? Nein, ich wollte nicht graden Was hat es nicht gemacht? Das ist so lang 50 Runden, weißt du Wie geht es los? Wie viele Leute sind denn immer innen? 12 Bei mir sind gar nicht wenig Bei mir sind... 16, 17 oder so Fast Repairman? Nein Nein, man kann es, gell Du da aber nicht, warte einmal Du musst Reifen wechseln? Nein Was ist? Ich glaube, wenn man mal tanken braucht man sich Sicher nichts präkoschen Der Anken passt bei dem nicht Wir lassen dir die Fäden Du weck die... Du weck die Melodie Dann kann ich wieder den Stream nicht Kommerzialisieren Was? Du weißt, dass ich ganz andere Kampflieder hab Und mir läuft dann wieder... Das Problem ist, wenn du die Musik spielst Das ist wirklich so Dass der Domain keine mehr umgeschickt Schaut ab! Sind schon die die ab? Die Leute schauen wegen mir zu Das Video willst du aber nicht nehmen Weil das schauen ja so viel an, was denn? Jetzt schauen gerade richtig viel zu Der Markus schon zu Der Markus Schöne Grüße an Markus Der Markus Wie lang ist denn der bis zum Anfang sein? Ich weiß es auch nicht Ich weiß es auch nicht Und die Leute nicht Bei mir steht aber schon Remaining 0 Das geht nicht Schaff die Zeit Da steht schon 0 Remaining ist auch bei mir 0 Und das geht nicht los Wahrscheinlich müssen alle gleichzeitig starten Oder was auch so Ja Aber wir sind schon zusammengefahren Ich fahr'n eh schon, aber ich fahr'n aber schon die dritte Einführung zur Runde Ich fahr'n schon zusammengefahren Zweite Fahr'n? Ich fahr'n Space Couch Ich steh' noch immer, ich steh'n schon seit 30 Sekunden, Remaining 0 Oh, jetzt geht's los Warst du das letzte Mal, wo du auf der Strecke gefahren bist, da gibt's ein Video auf YouTube? Oder hast du's bis zur Startlinie geschaut? Das war die kleine Genau davor, das war der Nein, das war die kleine Strecke Das kleine Oval, das Geschissene Da ist mir ATA einfach reingezogen Gut, da kacht's, da kacht's Sag' ich nicht mehr, Achtung Wie viele Runden sind wir? Und ein 2-2-Green, also noch eine, gell? Jetzt könnten wir ein bisschen was erzählen über Nesca Sport Und der Oval Racing Nächste weg Wir starten im Doublefield Was? Cautions gibt's da? Ja, Cautions Wir startet schon Ich hab' noch 1-2-Green Für mich gibt's sowas nicht mit Cautions Was ist das? Jetzt haben wir noch eine Runde, bis es grün wird Es gibt Cautions, wenn's gelbe Flacke ist Das heißt, wenn's ein Draht Dann gibt's eine gelbe Flacke Ah, 50 Runden mit Caution Das dauert mindestens 2 Stunden, das hab' ich vergessen Wenn's Caution ist, soll man alle überholen Hab' ich mir gegessen Proto-GD geht's nicht aus, das sag' ich Das haben's beim Indy 500 gesagt Wenn's wirklich zur Fenster sind, musst du's aussteigen Und durch die... durch den Schutt und durch Fahrzehn Fullgas Ich hab' einen Sonderpreis am Schluss Das hab' ich gesagt bei mir Wir bremsen fast nicht So, jetzt geht's los Was, wie viel Runden hat's hier, bitte? Wir haben schon Caution Zwei Runden Zwei Runden Bei mir sind zwei Runden Also... Waren wir... Guck, das ist schnellste Caution Wir haben schon ein Girl bei uns im Rennen Das geht drauf Das geht drauf Das heißt noch so Ich hab' mich nicht konzentriert Oh Gott, ey Oh, ich weiß nicht, dass es eine Girl ist Jetzt wird' ein Bing-Sauter Warum reicht' nicht denn nix, Martin? Wollte auch nicht Playwatch hören, was ist noch da so? Ja, sicher Nein, deswegen ist der sexistisch, der Sporter, ich kann ja nicht Bei Pass Perfekt? Nein, es liegt nur an dir An Martin, meine ich Hahahaha Es hat weder Input geschrieben, ich weiß nicht Hast du bei dir Langell oder? Das ist eine Girl So eine Woman Du hast jetzt mich, ein männlicher Mann gewesen Weiblicher Mann Auto outside, still there, hold your line Still there, see her outside Shit Jetzt hab' ihn überholt und mach' ihn further Jetzt hab' ihn so gut Car inside Gal du... Safety Café ist gar noch nicht Ist das die am besten? Sind wir kaputt hinten oder nicht? Nein, das hat doch keiner ohne Rückstand Clear inside, you're back in third, keep hustlin' Noooooooooong Das fahr' ihn grad für Lin, ey, weil ich ja nicht übernehmbar Ei, right Clear inside Dann kannst du es halt nur unmöglich überholen auf der Strecke. Kannst du nicht rausgeschieben. Da fahren wir gerade schon das Spannendste, was es gibt. Gibt es einen Grund, warum wir das seit 3 Jahren nicht mehr gefahren sind? I am stupid! Die Yellow Flag! Gott sei Dank! Fünf Runden, ich kann nicht mehr, ich bin schon fix und fertig. Ich habe Slaing gerade auf 12. Ich fahre Sweetback auf 12, weißt du, wie es eigentlich geht. Wie der eine zieht, jetzt hätte ich ihn eigentlich abschießen können, für die Frechheit. Wie das Boater schon schreit und er macht die Tiere zu. So. Die Regeln, es gibt jetzt einen Lucky Dog. Gibt es doch, oder? Lucky Dog? Ja, ja. You have the Lucky Dog. Ich habe ihn abgeschossen. Wenn einer hinten eine Runde hinten ist... Oh, hinten hat schon... Nein! Der Erste, der nicht mehr in der Führungsrunde ist, der hat einen Lucky Dog. Wenn er halt nicht in die Box fährt, der darf sich dann eine Runde zurückrunden. Ja, der glückliche Hund. Der eine ist schon eine Runde in der Box oder irgendwas, einer ist weg. Das war nicht so die Idee, dass wir das jetzt vorangegangen sind. Da geht sich Protagonistivik nicht aus. Außer wir scheiden aus. Also wir fahren jetzt fertig. Ich bin schon dritter. Also ich bin ja als dritter gestartet. Jetzt wieder ein Top-Split und da habe ich keinen. Das ist so gemein. Bei mir sind noch 10. Waren einmal 12? Ja, wir waren schon 12. Bei uns waren es auch 12. Zwei sind schon weg. Die sind nicht gestartet. Oh mein Gott, Alter! Wir haben 13, 10 Autos, Alter! So viele sind ja gar nicht am Start, oder? Bei mir schon, Alter! Nicht sonst bei mir! Ich bin, ich bin noch 9. Jetzt bin ich auf einmal dritter. Wir hätten einfach... Ah, die Korschen sehen. Ups. What the fuck was das jetzt? Aber das Auto ist schon komplett kaputt bei mir jetzt. Ich bin an alle Seiten angeschlagen. Schau, die fahren rein, die Idioten. Ahahaha! Lauf uns nicht! Sie machen die Schmähs! In dem Cup machen sie die Schmähs mit dem Tankenfahren! Das ist einfach geil! Der Fahnenholter da oben, der ist ja ziemlich stark. Ich bleibe ich kalt! Oh, Bidrod ist kalt! Du, du, Green! Single-File! Inzwischen können wir Werbung machen. Kommt's am Freitag doch zur Spitzhag-Welt-Triegerbuch-Ebene und noch weiter zum Magic-Spiel. Was saufst du immer? Ja komm, fahrt's noch weiter. Ein paar Tausend Kilometer. Viel Spaß! Für Markus kommt's sicher. Geht's raus? Ich hab's eh so... Ich hab's eh kein Jugendproblem bei der Spielzeit gezeigt. Ein Jugendproblem? Hab's keinen, oder was? Ich bin der Ängste! Ich bin der Ängste! Das ist kein 18. Oh, der Ängste ist in der Mauer! Wie sagt er, ist sie weitergekommen? Und wie sagt er, ist Winter am Stay? Kipp dir ging! Kipp dir ging! Das Rennen ist seit 10 Minuten an! Vor allem hinten einmal eine. Das hat noch Lanzos als Spot am Wochenende auch gesagt. Kipp dir ging! Ja, der ist da! Ja, der ist da! Ja, der ist da! Ja, der ist da! Das hat so viel zu tun! Ja, der ist da! Stopp, ja, der ist da! Nächste Mal! So ein stark zu erinnern! Die Mauer ist da! Ja, du! Weißt du was der Lanz drauf gesagt hat? Ja! Mein Car ist da! Das ist jetzt so ein Honda. So los! Uuh, der hat lag von mir! Oh, ich greife jetzt mal überholen! Nein, nein, nein! Ah, der wult mich wieder! Dann hab ich so mühsam gewult! Die trifft jetzt nur, wenn die Kugel vergesst. Er ist 15 von 50 gefahren. Ich kann überhaupt nicht mit den Linien halten jetzt. Jetzt werde ich jetzt alle weiter Zug überholt! Wir sind erst in Runde 11! Wir sind weiter! Das war eine Schnopps-Sitte! Keep digging! Bist du voll langsam? Bist du voll langsam? 24.6 sollte ich halt nicht fahren! Ich hab 4.0! Ja, mein Auto geht noch mal ziemlich langsam! Bin da ziemlich in die Mauer eingeschloben! Wenn ich ausgewichen bin! Warte, muss ich noch aufpassen! Holend Rohrl haben es gerade überhaupt nicht! Ja, den leistigen Dive-Band haben wir das Mal bei ihm zurück. Wenn sie die vor mir gegenseitig abschießen, dann habe ich eine Chance, dass sie das Rennen kriegen. Wow, wie der einstieß da, echt! Oh, schon wieder Kauschen. Da hab ich nicht gehört. Genau, der hätte ja über 100 gewesen. Ah, das ist ja nicht gewöhnt. Ich hab's in Boxen gehabt. Ihr bremst nichts, ich bremst die ganze Zeit, ist das ein Fehler? Nein, ich bin zu weit gefahren, aber... Ah, du bist auch zu weit gefahren. Ich weiß nicht. Nein, bei dir können sie fast schon Reifenwechseln auszahlen, oder? Ich warte in die Box und kann mir jetzt sagen, nein, Beatline Closed. Nein, du sagst nicht Closed. Also werde ich gleich mal reinbohren in die Beatline. Dann musst du alle vorbeilassen. Beatline Hoppen. Boah, da nehm ich da. Das ist ja der finnische Sauter. Hat der El in die Box. Dann hab ich eine. Schaut so aus. Bei der Hälfte. Ich hab Führungsrunde. Ich hab Führungsrunde. Tschüssi. Und Closed Closed Closed. Ich hab Führungsrunde. Gebt euch das. Ich bin jetzt ausgeklicken. Ich bin jetzt nicht mehr zu sagen. Aber hinter mir ist auch noch ein Problem. Aber ich fahr jetzt auch noch ein Problem. Ich fahr jetzt auch noch ein Problem. Mach, schon wieder voll die Mauer rein. Du und du. Du bist ja auch noch ein Problem. Torwart. Der Eingre Torwart. 2-Wide-Fourward. Ah, linge ist das gar nicht mehr da vor. Ich bin jetzt gar nicht mehr der nächste da. Ich fahr jetzt in die Box. Ah, jetzt wird die Reifen Replays ausgeschaltet. Der nächste da. Der ist die Nummer 1, der ist viel schneller. Ich hab das ja ausgeschaltet. Deshalb hat er gewonnen. Ich hänge mich auch schon. Ich will nicht mit der Box fahren. Du bist echt Spaß. Du bist wie leidster. Das ist ein geiles Auto, du wechseln uns jeden Einzelnen? Oder du uns bei dir links und rechts gleichzeitig? Den Groschen kannst du sie machen. Aufhämmt alles einmal. Ich weiß es nicht. Ich kann mir jetzt gar nicht mehr sehen, weil du jetzt auf der Boot fahren. Car inside! Wo ist denn der Platz, bitte? Oh ja! Let the pace car buy! Ach so, aber mit einem Trottel hätte ich nur draußen, nicht in der Auto wechseln brauchen. Lass es nicht buy! Lass es nicht buy! Lass es nicht buy! Dann verlierst du den Hund, oder? Ich hab da steht! Was ist machen? Stay behind the best car. Warum bin ich zweiter, wenn ich zweiter bin? Ich krieg jetzt einen Lucky Dog. Ich verstehe das nicht. What the fuck? Weil ich so lange in der Box gestaunt bin, weil ich irgendwie rumgedüftelte im Stopp. Ich hab mitgeholfen, die Rafenwechsel bin ich schnell ausgestiegen. Still there! Hold your line! Clear inside! Geschitter! Ich denke, ich habe 4 Fahrzeuge genommen. Ich wollte das nicht vornehmen. Was weiß ich? Ich wollte das nicht vornehmen. Das ist ein Widerspruch. Er wollte Gewicht sparen und alle weg tun. Ausfahren ins Sandball. Oh, der Reifen ist mir da deutlich schneller. Und ist da schar, sehe ich auch aus. Du musst ja nur 25 Runden fahren, oder? Na, 40. Achso. Oh, ich war einer da. Ich glaube, das geht sich genau aus, dass ich keinen Stopp brauche. Ich bin 9 da. Lucky, ich bin Center. Wir müssen nicht enttanken, oder? Bei uns im Rennen. Du bist ja gar nicht hinter, weil du bist ja unter hinten, oder? Nein, du musst schon in die Box fahren. Wenn du in der Box bist, kriegst du keinen Lucky Dog, das weißt du schon. Ich war in der Box. Ich hab dort zum Glück. Echt? Du bist ja unter hinten. Ersten und zwischen? Base Cup in die Kommande. Ich muss doch eh bei einer. Jetzt haben wir gerade aus. Wir müssen ja Green. Jetzt gibt es irgendwie so geschießende Couches, ne? Ja, ich wurde dich verloren. Vielleicht hört das trotzdem aus, wenn die Rave. Ich hab ja Rave gewachsen, keine. Alle 2? Ja, alle 4. Wie geht das denn? Ich bin eh nicht gestanden. Vielleicht, weil du das schwer gedrückt hast. Ich bin nicht nachgedankt, du hast vielleicht nachgedankt. Ah, nein, gedankt will ich nicht. Ja, was tue ich jetzt? Fehler! Uaah! Nein, ich fahre halt der Solo rein, das ist auch lustig. Oh, jetzt will ich kurz Snap Steering Cup bist du deppert. Oh, der Draschow da rein, ha? Das ist eh da unten. Ah, nein. Prost. Der Lefsticow! Uaah! Die fahren alle irgendwie... Und geht schon dratsch, oder? Schon wieder eine Queen, auch schon wieder die Heller. Ich glaube, die ist gut. Ja, aber mit der Couches-Bike ist sicher lustig, weil du hast jede zweite Runde eine Couches-Bike gehabt. Nein, ich habe erst eine gehabt und ich bin im... Weißt du ja was? Bei euch fahren sie so langsam, trauen sie sich nichts. Oh, ich bin schon Sechster. Der Martin hat sofort die Übermotivierten. Der erste Übermotivierte. Ich fahre immer noch hinten nach, aber jetzt fahre ich nicht mehr in die Box. Das ist ein Ted-Forscher, der jammert die ganze Zeit, dass die Leute crashen. Der Socker und das Ted-Forscher ist. Was ist mit dem bitte vorbeitragen? Boah! Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich vier ins... Der Kompische Gurken-Kopf bei mir. Jetzt habe ich ja tot mit der Sechster. Der Hunter. Der Hunter. Die anderen sind in der Box. Die angebliche Mädchen-Frau ist in der Box. Die Mädchen-Frau ist? Sie sind gerade aufspritzig. Du meinst du in Milch, oder? Von wem aus? In Milch, ja. Nein, der ist J.N. Nengil. Und der Henrik Horn. Der Horn ist auch in der Box. Der hat sich gleich nachgefahren. Der Horn ist richtig nachgefahren. I hear you loud and clear. Ich könnte es eigentlich wieder grün machen. Dann sind alle Autos wieder weg. Aaaaaaah! Pete Road is close. Kurven sind nicht so wirklich ausgegangen. Oh, der Horn auf der Route holt. Der ist weg. Oh! Schlechtesensfall ist nein, der... Ja, weil er kommt jetzt erst aus der Box raus. Wo er sich hinten eingreiftet ist. Weißt du, es ist auch unter hinten. Ich verliere leider sehr viel. Bis zum Schluss gibt es den, oder? Ich glaube, es gibt zwei Quadros. Mhm. Einmal bis 10, wahrscheinlich. Jaaaa! Wie lange hat es innen? Weil dann ist ja klar, dass es normal sicher nicht mehr ausgeht. 20 Quadros ist einer. Ja, das geht sich bei ich nie mehr aus. Ja, das geht sich bei ich nie mehr aus. Komm, fast hat man die Kurven. Ich würde sagen, 12, 13 Minuten dauert es mindestens. Und mir hat es auch nur 17 Runden. Jaaaa! Jaaaa! Ich will zu sein andere nicht fahren. Ich bin zu sein ausgeliefert. Line-up Single-File. Bis gleich gefahren. Trinkt es nicht. Der Lachsdorf ist der Eric Korn. Korschen! Ich weiß noch, wer hat die Rennen überhaut. Nein, ich hätte letzte Woche fahren müssen. So ist es jetzt, ist es eh nicht mehr aus. Achso? Nein. Der andere ist noch in. Ich hätte noch zwei Rennen gebraucht. Aber ich gehe es letzte Woche im Monza, wollte ja keiner fahren. Und dann hat es mir auch nicht geschert. Ich bin gefahren im Monza. Wieso sagst du nichts? Achso, das war wieder so spät. Ich habe gesagt, du hast es bisher nicht gefahren. Ja, so spät ist immer scheiße. Beat Road is now open. Beat Road is now open. Aber jetzt geht keine meine 13 Runden für Schluss, oder? Okay, der fährt nach hinten ins Auto. Und es ist auch noch die Frau gewesen. Siehst du deine Aussage schon wieder? Du musst ein Youtube-Video machen nur mit der Aussage. Was soll denn das wieder werden? Du bist überhaupt... Jetzt habe ich es eh vorbeiladen. Willst du noch sagen, wenn... K3 got the lucky dog. Ja, wenn der war hinter mir ist. K3 got the lucky dog. Was soll denn der schmoren? Weißt du, die dürfen... Bei mir sind es jetzt... Wenn du hinten bist, kannst du jetzt gratis wechseln. Das ist ja schon geschissen. Und ich kann jetzt ruhig ausgefahren. Als Dritter kann ich nicht in die Box fahren. Man, der würde ein Schmäh machen, ne? Ich nehme den Erik vorbei. Ja, 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 ja. Ich kenne deine Schmähs. Ein Feuerwerk gibt es für mich schon. Als Dritter geht es halt nicht rein. Ich bin schon fertig. Der Magneten aus Erik, oder? Ja, genau. Aber bei mir sind es jetzt... Der Magneten. Da kannst du ja in den Stream einschalten. Und dann kannst du es im Chat schreiben, damit der Markus nicht so leist. Ja, das ist ja ähnlich. Und damit rechnen wir als der Hornet. Und die X-Mine. Kann den Martin werden muten langsam echt. Der reiht noch mal nie was. Heute ist er wie aufgezogen. Der Hornet ist hinter mir. Ja, das ist schon Heuer, gell? Also bei euch geht es wahrscheinlich nicht mehr aus. Ich habe nur 13 Runden. Wenn es jetzt wieder losgeht, noch 10 Runden wahrscheinlich. Am besten wird er nicht vorbei. Willst du fahren, oder nicht? Weil da melde ich mich an. Und fahr da unten. Ich glaub mir, das wird es nicht aus. 15 Runden haben, oder? Ich weiß nicht. 15 Minuten geht es ja... Sonst fahren wir noch mal Ding nachher. Fahren wir irgendwas anderes, was am 7 oder 10 anfängt. Ja. Machen wir jetzt schon Woche 13. Das ist aber gar nicht schlecht. Fängt der Rennen in einem Punkt an? Weißt du das? BSS? Wir sind mir ernst gefahren um 12. Also das ist das Reihen schon wieder gewesen, gell? Das kann ich nicht schon. BSS, was sind denn für Strecken? Sandfahrt? Sandfahrt, das war ich auch nicht. Okay. Wow, vielleicht hätte die Reifen wechseln sollen. Uiih, da dreht schon wieder ein. Boah. Boah. Ich weiß, ich wäre ja halt an der selben Zeit. Um 45. Wie ist 45? Wie ist 45? Ich mag ja auch nicht. Boah, das ist so wilder Strecken. Oder fällt mir da ja nicht mehr. Boah. Jetzt sagt mir halt irgendwas anderes. Mir wurscht. Boah. Ist das ein Exo da vorne? Nein! Schiff, jetzt ist die Boxe nicht dreht. Ich bin am Tag. Boah. Martin ist... Martin ist halt nicht gut drauf bei den Rennen. Der Martin hat die Corschen gut überstanden. Das Problem ist, bei der Corschen ruht mich da hinter mir immer. Da schmeißt mich keiner rum, oder? Nein, ich kann sagen, Roland. Mit 12. Gang fahrt ihr beim Restart zweiter? Oder dritter? Ja. Zweiter. Wollt wer von mir bremsen, dann probier ich auch bremsen und ins Auto ausbrochen. Aber nein, dann noch immer. Oh nein, Lava ist das viel besser. Das war die jungen 10 Leute hier fahren, das ist wirklich geil. Zwölfe waren dabei. Aber ja, das ist ja lächerlich. Aber ich kann wieder raus hier fahren. So, gibt's da einen? Fast Repair? Nein. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr raus hier fahren. Nein, der Gröbe wird mich jetzt sicher wieder überholen. Ich hab gehofft, dass die Corschen jetzt... Ja, bist du gescheit? Ich hab Plus von Sky Rating und Plus 0,12. Sehst du, du Rating kriegst. Weiter. Oh. Stopp. Ich verstehe nicht. Und dann ist schon der Nächste. Ich hole mich rund. Das ist schon wieder da alles aus. Das Geil ist, mein Auto war gar nicht so gut. Den, schaust meinen Stream jetzt an, bitte. Das hat keiner im Berg gehabt. Die letzten Runden noch sehen hinten, wie das Weltrader. So lächerlich. Aber ich fahr nichts ein jetzt. Was hat das für gut da bei dir? Nix. Führt der Dommelag schwierig oder was? Nein, die fahren mir so brav. Die tun nichts. Ich weiß nicht, habe ich schon bei X denn? Stellen wir mal kurz. Dann müssen sie alle überholen. Habe ich schon viel? Nein, ich glaub du hast nichts. Ich sehe da nichts. Sehr gut. Ich hab schon 8, ja. Du bist aber am Tach gegangen. Aber ich fahr ja schon wieder. Mach ich mit, wenn die das alle machen. Hast du auch mal am Tach, ok? Nein, weil es so dumm ist und ich boxe die selber schon. Wenn es ganz hinten ist, kannst du es immer machen. Ich habe es mit Draht. Ich wollte in die Box und habe mich jetzt draht und nicht mehr ausweichen können. Ich wollte in die Mitte hineinfahren und habe es mit Draht durch die Mauer. Ja, du bist ja am Tach in die Box gefahren. Nein, in der Box oder wo, was du mich am Tach draufgetraht hast. Weil ich gegen die Mauer so komische Minken gehabt habe. Let the 12-Car boy. Wo ist jetzt der Hone da vorne? Der sollte wahrscheinlich ein Holländer sein. Ah, der hinter mir wird mich noch überholen, der D-Carler. Ja, aber machen wir es wieder. Fahre eigentlich, komm. Ich fahre neben mir hin, wenn er zurück auf die Strecken kommt von mir hin. Alter, Indycar ist in Laguna Seca. Ja, aber das ist gratis Indycar. Ja, das ist halt auch ein Dash. Fahre mal vor die Korkenzieherkurve. Mit dem Formal Auto die Korkenzieherkurve. Ja, das ist eh noch eine Fun-Serie, oder nicht? Ja, ja. Wann ist denn das Reinhard? Nein, nein. Heute machen wir Serious Sport, oder? Heute machen wir nur Sparen, oder was? Außer das Reinhard, das ist kein Sparen. Das schaue ich mir jetzt ganz schnell an, wie das ist. Das ist ein Fix-Set-Up-Serie. Auf der Strecken. Das ist lustig, halt. Das ist ein Fix-Set-Up-Serie. Ich glaube, bei dem alten Spül irgendwie keine 2 von Papyrus. Sie ist alles gleiche wahrscheinlich. Nein. Komm, vor ein. Ich fahre sie nieder. Wie viele runter hast du noch, Dominik? Sieben. Da muss keinem zuhören. Siehe was noch? Ja, ATTACKIER! ATTACKIER! Ich meine immer sieben auf. Sie ist doch die 2. Sie sagt, du sollst attackieren. Ich kann nicht. Die müssen sich weghanden, die 2, wenn ich gewisse. Ja, du, für eine Extra kriegst leider kein Cockpit mehr. Speed Road ist kein! Ich weiß. Ja, das Auto-Cockpit muss er aufgeben. Beim Horn ist es vielleicht noch ein Braut zu machen. Nein, ich gehört, der Mitch macht einen Ex-Ton. Der Mitch macht einen Ex-Ton. Aber das Auto ist schwarz lackiert und spricht. Den musst du mal zurecht nehmen. Nein, ich mach doch was, dann mach ich schon ein Gölbs-Lifeguard aus. Also, ich hab gedacht, du musst mit der Rätungsbeue fahren. Gölbs-Lifeguard aus. Mach das bitte! Beim Pick-Up-Rennen wäre das geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, aber Pick-Up, Martin, gell? Der war schlässig, gell? Ja, Alter, Schwedert ist ich! Bist du Deppert! Ja, da dreht sich sofort weg, gell? Im ersten Gang ist null Beschleunigung und dann auf einmal geht's fullgassig. Ja, ja. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, dann. Das geht sich nicht um Scheiße, weiß ich. Das müssen wir fahren. Ich muss fünf Runden dann so schossen. Das ist Bullshit! Das ist ein Bullshit! Das ist ein Bullshit! Das ist total umsonst. Das sehe ich gar nicht. Vielleicht ohne Seger. Ja! Ich hab jetzt gerade meinen Körper überschlagen. Ich hab noch einen Platz verletzt. Ich hab noch mal einen Platz verletzt. Du kannst den Korkenzieger, da fliegt nochmal ein bisschen. So, ich bin in die Hintergrund. Die Lenkung ist so direkt, das ist ein Wahnsinn. Ich sehe ihn und jetzt da ist er. Ah, jetzt bin ich der Vierter. Mein Reifen steht schon schief. Ganz leichter Raumdämpft. Ah, ich finde ihn, oh Gott. Ja, alter Schwede. Aber das Schadensmodell muss ich sagen, schon nicht schlecht aus. Der Hardenweg. Das war total zerstört, das Auto. Aber da musst du die, die es fast fliegt, umgestellten. Aus der Box außer vorne ist schon eine Herausforderung. Und die Reifen blockieren einfach früher aus, wenn es die Bombe sind. Ich bin schon registriert. Oh, oh, dann sind wir schon wieder kaputt. Die Körpers darfst du nicht berühren. Ich meine, das darfst du sowieso nie, aber... Jetzt musst du einen Rundschlüssel. White Flag, one more left to go. Jetzt schießen sie das Feuerwerk. 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 Vierter! Ach, die Scheiß-Reister hat sowieso so schlecht in mir. Da habe ich Gas gegeben, was war. Jetzt waren jetzt alle zusammen da. Vierter. Ah, trotzdem. Vierter. Okay, the race is over. Bring it on in. Von Gefühl her lässt du dich sehr einfach fahren. Aber du darfst halt keinen Fehler machen. Jetzt kriegst du einfach so fort in der Mauer. Das ist die Definition von sehr leicht zu fahren, wenn du einen Fehler machst. Nein, wirklich. Wenn du normal auf der Straße fährst und nicht die Curbs berührst, ist es sehr einfach zu fahren. Aber wenn du die Curbs berührst, ist es jetzt taubfällig. Vierter Platz ist ja okay. Wow. Mit dem Auto kann ich aber noch gar nicht fahren. Ich kann nicht einmal das richtige Smiley machen, weil ich mich verdruck. Äh, was müssen wir anmelden? Ja. So, streaming. Ihr müsst in England ste...